Es ist mal wieder soweit. Zeit für die Feldturm Rallye. Schüler erkunden mit einem Lageplan alleine das Unternehmen und werden überall hingelotst, egal ob in die Produktausstellung oder in die Entwicklungsabteilung. Überall gibt es etwas Spannendes zu erleben oder auch selbst auszuprobieren. Die beste Gelegenheit, einen Betrieb so richtig kennenzulernen. Neben der beliebten Feldturm Rallye und zahlreichen anderen Schulprojekten lassen sich der Firmenchef und dessen Mitarbeiter noch viele andere Aktionen rund um das Thema Ausbildung einfallen. Und ein wichtiges Projekt sind die neuen Lernorte. In der Schule wird Theorie gepaukt. Hier können die Schüler und Auszubildenden experimentieren und ausprobieren, ob die Theorie auch in die Praxis umzusetzen ist. Also ein Projekt, von dem beide Seiten profitieren. Den Schülern macht das Lernen mehr Spaß. Feldturm kommt in Kontakt mit den Schülern und deren Alltag. Und überall ist zu spüren, die Nachwuchsförderung ist eine Herzensangelegenheit. Nicht umsonst hat das Unternehmen eine sehr hohe Ausbildungsquote. Für Stefan Feldturm sind alle ein Gewinn. Die Fachkräfte von morgen. Ob von denen einer mal ein Feldtumor wird, wer weiß das schon. Aber eins steht fest. Diese Feldturm Rallye war für sie einmalig.